Oh, 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 es ist hoch, oh, verdammt, oh, okay, gut, kriegen Sie schon hin, ein Schritt nach den anderen, vorsichtig, oh, ja, ich kann mich, ja, ich kann aber mich gerade nicht konzentriert. Ich muss ein bisschen nach vorne gucken. Oh. So. Der beste Agent der Welt ist wieder unterwegs. So. Haha. Gut. Okay. Bisschen schick gemacht. Dann gehen wir mal rein. Ah. Hallöle. Da. Da geht's noch mal. Schön habt das hier. Ich finde, ich bin ein bisschen klein geraten. Stuff. Okay. Alles klar. Stuff. Äh. Äh. Okay. So. Ich weiß. Wir hatten ja die drei Jahre ein bisschen Probleme gehabt. Wo geht's denn hier auf stille Öhrchen? Hä? Stille Öhrchen? Pff. Weiß schon. Okay. Moment. Riech ich gut. Nie, aber ich muss zur Toilette, ja? Wo war denn hier die Toilette gewesen? Toilette? Was ist denn hier die Toilette? So schön die ganze Zeit die Toilette. Oh. Hoppala. Oh shit. Sorry. Nein, du bist leid. Oh. Gut. Hat niemand gesehen. Gut. Äh. Ich muss doch nicht mehr aufs Klo. Also. Ziel Nummer 1. Da lang, wa? Okay. Gut. Na guck sich das einer mal an. Ciao, ciao. Schön sieht's hier aus. Oh. Schön hier. Hey, Bobby. Bobby, mein Freund. Na? Bobby. Hi. Bobby. Kennst du mich noch? Ich bin jetzt Agent 47. Wir haben damals... Bobby. Hi. Wie geht's dir? Bobby. Bobby. Du kennst mich doch. 47, Mensch. Wir haben damals neben einem Kino gesessen. Okay. Und tschüss. Der sieht süß aus. Okay. Was ist eigentlich unsere Mission hier? Oh. Foto machen? Tschüss. So. Ah. Shit. Ach, das ist so atemberaubend schön. Wer ist denn der? Oh. Schöner Zopf. Bobby. Jack. Hallöchen. Jameel? Jameel, wie geht's dir? Hey, Jameel, mein Freund. Komm her. Ach, ja. Ach, schön hier zu sein. Gut, haben wir alle erst mal kennengelernt? Wir müssen erst mal gucken. Wo war denn hier was gewesen? Ja, kriegen wir schon irgendwie hin. So. Hi. Oh, ich seh's aber auch... Oh, Entschuldigung, Entschuldigung. Oh, Entschuldigung. Ist aber auch wichtig. Was? Sieht aber auch wichtig aus. So. Ach, ja. Naja, ich mach nix. Ich will nur gucken, ob ihr bewaffnet seid. Ich darf... Ich muss dir mal was verraten. Ich bin verwaffnet. Aber... Psst. Ich hab ne Pistole. Scheidämpfer. Oh, ich hab doch keinen Scheidämpfer. So. Okay. Wo müssen wir jetzt hier hin? Aber Alter, das ist so atemberaubend schön mit der VR. Oh, ich hab ihn. Aber haben wir eigentlich gar keine Waffe? Wir hatten gerade eine der letzten Mission. Wir hatten wieder eine Waffe gehabt. So, okay, äh... Blöde Kuh. Wir hatten gerade eine blöde Kuh gesagt. Gefällt mir ja. Gut. Äh, wo sind die denn jetzt hier? Einer ist da auf der Ebene und einer natürlich ganz weit oben. Das ist dieser Paranoide. Was ist denn hier los? Hey. Du, Kumpel. Das Leben ist manchmal hart, weißt du? Dann weißt du nicht, was du machen sollst, wa? Aber jede Frau ist ne hübsche... Oh, hoppala. Oh, 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 oh. Ganz ruhig. Wer war das? Er war das. Er hat mich geschlagen. Au, ah. Oh, mein Bein. Äh. Oh, ah. Ah. What da? Äh. Na, wo bin ich? Na, wo bin ich? Hi. Ganz ruhig. Bist du Agent der Welt? Oh. Schwein gehabt. So. Oh, jetzt habe ich den Typen verloren. Äh. Wo lang? So. Einer 58 Meter. Personal only. Hi. Hi. Lalalalalala. Hi. Ha. Oh. Ich habe mich geirrt. Ja, ja. Ich gehe schon raus. Entschuldigung. Ja, man dachte, ich wäre schon lecker gewesen. Oh. Feueralarm. Feueralarm. Feuer. Oh, fuck. Hey. Ganz ruhig. Gleiches in Slow. Ha. Ah. Lauf. Angel. Papp. Lauf. Papp. Papp. Hey. Weißt du, wie ich das Spiel abspeichern kann? Hier über VR. Ich habe immer keine... Ah, du. Sehr hilfsbedürftig. Dankeschön. Ah. Hier. Hey. Sorry. Sorry. Louis Hamilton. Ganz kurz stehen bleiben. Hast du eine Ahnung, wie ich... Oh. Wie ich, äh... Das Spiel abspeichern kann? Nee? Okay. Geh weiter. Stoppen Sie. Oh, der Enten kommt da. Okay. Wir müssen uns irgendwie verkleiden als irgendjemandem, der hier wirklich was zu sagen hat, wa? So, wir brauchen aber irgendwie ein Kostüm. Warte mal. Toilet. Toilet ist immer gut. Trostvedania. Hi. Äh. Wo ist das für Männer? Oh. Hehehe. So. Wir brauchen halt eine Verkleidung, wa? Okay. Grüß Gott. Ah. Sehr schön. Okay. Ich kriege mal hier. Und einmal beseitigen. Sehr gut. Das war schon halb professionell gewesen. So weit sind wir schon mal. Oh. Oh, was ist denn das hier? Tö, tö, tö. Verdammt. Ich bin gerade beschäftigt Oh, warte, er lebt noch Ah Öh Schließen Wie war das hier mit dem Kaviar? Äh Ah Und dann einmal so rum Okay, haben wir Gut, wir haben schon mal eine Karte Oh, das ist hier schon mal Oh, was ist das? Oh, shit Ja, ich wollte gerade was bügeln Okay Gut, oh, was haben wir denn hier? Verkleiden Event-Wachmann Oh Das ist sehr gut Können wir hier irgendjemand irgendwo verstecken? Oh, warte mal Den können wir hier verstecken So Okay Einmal hier öffnen Oh, Event-Wachmann Nice Hallö, schön, Kollege Können wir hier rein? Achso Oh, das ist auch uninteressant Ich habe mal eine spezielle Frage an dich, wa? Na, na, na Ah, ja Das ist eine schöne Baustruktur Wirklich Also allein schon Das ist wirklich Handwerkskunst So Na gut Äh, hast du keine? Oh Hä? Was? Was? Verdammt So, ab weg Scheiße, 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 scheiße Oh, sie hat den Schlüssel Okay Äh Scheiße, 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 scheiße Jetzt habe ich zwei von denen Na, 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 na Na, na, na So So Verdammt So Sehr gut Oh, hat er noch etwas Wichtiges hier gehabt? Verkleiden Nee Hier kurz mal rüber gucken Nö Du, wir sind schon gar nicht mal so weit weg von dem, was wir gerne hier machen wollen So, Reinschüge sind da jetzt auch hier rein, wa? So, Leute, Schicht Löst euch da ab Oh, wo geht's denn da hoch? Aha, aha, aha Hey, Kumpel Die von der Zentrale haben gesagt, ich soll dich begleiten Wir machen die zusammen, wa? Ha Ich bin Stikotin Und du? Okay Ich nenne dich Achim So, Achim Ach, gut Machen wir auch mal so Okay, Achim, es geht weiter Ja, heute passt ich auf den Markus auf Der läuft aber auch einfach irgendwo durch Okay, wir müssen nebenbei ein bisschen Markus beobachten Der geht einfach durch die Bar Das denkt aber auch so, der kann sich hier alles erlauben Ja, warte, das ist ein Schnösel Das Ding ist auch, glaube ich, wenn wir den Markus erstmal haben Und uns als den Markus verkleinern Das sieht ja fast so aus wie wir Kommen wir auch nach ganz oben Wie legen wir dich um? So, wie wir das ganz unauffällig tun Oh, Markus begebt sich wieder auf Burensuche des 60 Jahre alten Whiskys Oh, Achim ist nicht mehr dabei Achim hat keinen Bock mehr Bitte passen Sie doch auf Der Markus ist hier, der Markus Ja Oh, überwinde ich Nein, ach Achim Ich hab doch gesagt, du kannst Pause machen Was ist denn dein Problem? Oh, scheiße Ich hab ja eine Waffe hinten dran Ach du Scheiße Du Scheiße Ist mir jetzt gerade jetzt aufgefallen Ich hab hier noch die Knarre hinten dran Oh, was ist denn hier los? Oh mein Gott Scheiße, aber auch Okay, wir müssen ihn in Sicherheit bringen Leute, kontaktiert die Zentrale Wir müssen, äh, Markus in Sicherheit bringen Hi Mach deine Arbeit ordentlich Ja, du guter Markus Den haben sie jetzt wieder entlassen, wa? Ich hab gehört, zwei Leichen haben sie entlassen Oh, 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 oh Oh, 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 oh Help me Ja Ah Ah, ist nicht das Beste, aber egal So Okay Wah Sag mal Ihr bist hier Ist ja ein bisschen aber auch Okay, keiner sieht mich hier Ah! Hilfe! Hilfe! Hier hat irgendjemand geschossen! Ich hab Angst! Wir haben auch einen Korn. Oh. Ach, scheiße. So einfach laufen können. Da, 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 da. Noch einer! Noch einer! Hey! Okay, äh. Oh, das war schnell gelacht. Ha! B. John Wick! So, wir bereit. Hab noch ungefähr 60 Kugeln. Äh, 50. Na doch, 60. Ah, 58. Wir nehmen's mal ein bisschen genauer. Okay. 52. Haha! Oh, fuck. So. Oh, shit. Wie bin ich da rausgekommen? Oh, puh. Leute. Hilfe. Puh. Gut, ich glaub, das hat niemand bemerkt. Alles gut. Die Lage ist entsichert und entschärft. Wir leben alle noch. Bleiben Sie ruhig. Ich hab alles im Griff. Alles gut, alles gut. Bleiben Sie ruhig. Genau. Feiern Sie ruhig weiter. Es ist alles in Ordnung. Ui, 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 ui. Haha! Oberofficier. Zumal, ich glaube, Penthouse-Personal. Das ist natürlich perfekt. Moin! Hallöchen. Hi. So, ich muss jetzt irgendwie den Weg nach oben finden. Einmal hier. Danke. Hauptsache, alle sind voll gechillt drauf. Ähm, ich glaube, dadurch, denn links... Also, hier geht irgendwo auf alle Fälle eine Treppe hoch. Danke. Sie auch. Macht weiter so. Äh. Jungs, hört mal. Wo geht's denn zu unserem Boss? Äh, zu unserem Boss. Verzeihung. Wo geht's denn zu unserem Boss? Da lang? Okay. Oh. Guckt euch das an. Sieht das nicht schick aus? So, ich hoffe, ich darf da jetzt durch. Oh, ich glaube schon. Wir sind ja... Wir sind ja Penthouse-Personal. Ist das das Penthouse? Boah. Leute, mal eine Frage, ja? Jetzt soll ja hier das Penthouse sein. Denkt ihr euch manchmal nicht auch so? Verdammt. Ich verteidige hier jemanden, der ist Millionen-Milliarden-Share und kriegt gerade mal Mindestlohn. So, die Treppen hier rauf. Hey! Oh. Hallöle. Oh, guck mal, der hat eine Krone auf dem Kopf. Süß. Ah, schön hier. Ach, da ist er. Machen Sie aber nicht so eine lange Audio, okay? Das hört sich niemand an und wenn immer in zweifacher Geschwindigkeit. Das ist nervig. Wissen Sie, manche machen immer fünf Minuten Audio. Klar kann man halt... Oh, was haben Sie denn das Schönes? Oh. Ja, ist mir runtergefallen. Alles gut, Entschuldigung. Was denn? Bin dagegen gekommen. Darf die so mit mir reden? Also, natürlich, die sind eine Frau... Hey! 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 Oh, hä? Hallo? Buh. Was ist denn das? Oh. Schick. So, wo sind sie denn jetzt? Ich hab sie verloren, shit. Ach, der ist so knuffig. Der liest sich gerade ein Märchen durch. Wo sind sie denn? Hallo? Oh, da. Das ist natürlich jetzt nicht geil, wa? Oh, oh. Da kommt jemand. Schnell rein hier. Hä? Das sah ihr böse aus. Hallo? Oha. Ist hier ein Twitch-Streamer? Ach, er spielt solitär. Auf drei Bildschirmen. Naja. Das ist halt schon das hohe Alter, aber... Oh, das sieht aber schick aus. Oh, schöner Laden hier. Der sieht lecker aus. Ja, ist so eigentlich. Ach, du bist der Steff. Ich bin Steff. Schöner Laden. Oh, oh, oh. Oh, Chef, Hallöchen. Oh, scheiße. Bist du jetzt gerade in der Höhle des Löwen? Okay. Entschuldigung. Ach, das war ja gerade peinlich. Oh, nicht so ohne Probleme. Oh, ja, er ist umgefallen. Ach, scheiße. Nein, nicht schon wieder. Ey, einfach umgefallen, wa? Einfach umgefallen. So. Hi. Okay, okay. Hopi. Ha. 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 Bang, 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 bang. Tja, wie im Actionfilm. Warum halten die so viel aus? Ist es? Ist es? Scheiße. Okay. Seid eigentlich tot, der alter Tod. Na, nein. Steh halten. So. Okay. Bin bereit. Waffe immer voll auf Anschlag. Oh, die lebt noch. Scheiße, das ist schon wieder hier. Oh, fuck. Ei, 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 ei. So, jemand hier? So, haben wir noch irgendwie eine schöne Waffe hier? Ich brauche doch eine schöne Waffe. So, was sind wir eigentlich? Oh, warte mal, den Agenten. Den können wir machen. Ha. Der Leibwächter. So. Oh, nee. Die Waffe ist Quatsch. Die Waffe ist Quatsch. Oh, Gott. Ich wurde angeschossen. Hilfe. Ich komme raus. Hilfe. Alles gut, aber ich wurde angeschossen. Nicht angreifen. Ah. Ich wurde angreifen. Ah. Da würde ich nicht reingehen. Oh. Ich habe es euch gesagt. Geht da nicht rein. Oh, Gott. Ich wurde angeschossen. Mir geht es gar nicht gut. Ach, süß. Guck mal. Der liest nach seinem Buch. Okay. Koppel, such dir deinen Job. Glaubt mir. Der Arbeitgeber ist nicht mehr. So. Stell raus, ihr Freunde. Dann haben wir es endlich geschafft. Ja, Freunde. Was soll ich euch sagen, wa? Als Agent ist es nicht einfach. Aber wenn ihr mal irgendwann, so wie ich, der beste Agent der Welt werden wollt, dann spielt Golf. Oh, wie können wir Golf spielen? Oh. Okay. Hä? Alles gut. Hi. Mein Handicap ist... Verdammt. So, Freunde. Das war's gewesen. Wie sie unter uns. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Und tschüssi, Kostki. Weis, Kostki. No. Untertitelung des ZDF, 2020